Nein. Nein. Oh shit. Fokus. Feuerelementar. Der Stein. Er ist in meinem Kopf. Hilf mir Schwester. Hilf mir. Es tut so weit am Weg. Komm. Lass mich hier durch. Gib mir Fokus. Verdammt. Gib mir Fokus. Da. Und. Okay. Okay. Was war das jetzt? Ja. Okay. 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 Ist hier jetzt noch jemand drin? Nein. Alles verlassen. Niemand mehr da. Das ist irgendwie ziemlich ziemlich unheimlich. Okay. 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 Ich glaube nicht. Die Boppel. Sie tun einfach so weh, weißt du. So weh. Ja. Danke. Da ist Vati. Und guck mal. Da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd. Komm. Papa. Papa. Du bist. Bist du das? Es tut mir so leid wegen der Vase. Das war Torus und ich. Ich bin nicht. Ja. Ich habe tatsächlich heute Morgen einen von ihnen gesehen. Nein. Du hattest recht gehabt, weißt du. Wenn man sich etwas nur fest genug wünscht, dann geht es auch in Erfüllung. Kannst du uns jetzt ein Feuer machen, Papa? Mir... Mir ist so kalt. So kalt. Was? Was? Hm. Deshalb bin ich auch die ganze Zeit nicht hier rangekommen. Weil wahrscheinlich die das Ding so abgesichert haben mussten. Das ich nicht anders da hinkomme. Oh, da hat jemand einen Bärenfalle hingesetzt. Ich sollte mal was essen. Und wenn es jemand so abgesichert ist, muss der Aussehen bestimmt sich nichts machen. Das ist absolut. So kalt. Ich könnte mich nicht zu sagen. Wasn't das Hakk! Der Aussehen! Der Aussehen! Auld�! Ert. Der Aussehen! Der Aussehen. Der Aussehen! Okay, einmal speichern. 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 Das sind irgendwie dickere Verloren. Okay, einmal speichern. 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 Standard. Verwendete Bücher. Okay, einmal speichern. Okay, einmal speichern. So. Feinstahlpfeile. Silberstahlschlacht. Regestreue. Handschuhe. Eine Huhnenschild. Federleinen. Die Huhnenhelme. Die Huhnenhelme. Noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Ach Mist. Ein paar andere Verlusten. Sonst hier irgendwas eigentlich nicht. Das ist auf das Huhnenschild. Aber das hat zu wenig Rüstung. So. Dann würde ich ja mal sagen. Da vorne ist eine Eisenpranke. Es geht nichts über eine Eisenpranke. So. Jetzt müssen wir. Schicker Tiger. Jetzt müssen wir irgendwie nach Dünenheim. Müssen da durch. Danach hier. Die haben immer so. Locker. Die immer die Gebiete so. Anders machen. Einmal werden die total knalligfarben. Und einmal. Total. Total. Matt. Und. Frist. Und so weiter. Das ist äh. Schon ziemlich heftig. So. Erstmal. Eisenpranke. Wir sind fast wieder voll. Das ist schon. Eine Kokosnuss. Und ein paar Kartoffeln. So habe ich mich erschrocken. Die Tür habe ich schon ausgeräumt. Schrank ist nur Kleidung drin. Die Tür habe ich schon ausgeräumt. Die Tür habe ich schon ausgeräumt. Die Tür habe ich schon ausgeräumt. Ich weiß nicht. Das ist egal. Das ist egal. Aber nicht. Die Tür ist auch nicht. Oder? Bist du? Das ist egal. Ich bin. Sie müssen. Ich bin. Der Tür ist bescheiden. Ich bin. Ich bin. Ähm, ne, ich möchte jetzt nach Bewegen Hallo? Ah Wow Hallo? Ah 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 Wunderschön Neustarten Zack Sind wieder da Na Kommst du auch mal wieder? Ja, wunderschön, geht doch Ähm Super Super Wieso sind wir denn jetzt wieder hier? Hm Mann Okay Ich bin gleich wieder da, wenn wir wieder in Dünenheim eingekommen sind Und